So, Mensch, wie teff. Ich hab gesagt, vom letzten Kontrollpunkt aus möchte ich starten und die lassen mich hier raus, ernsthaft. Ja, herzlich willkommen zurück zu God of War. Äh, ich renne jetzt erstmal weiter und schaue, ob ich irgendwo hier Energie finde. Weil das ist ja wohl ein Witz. Das war am letzten Kontrollpunkt rauslassen, ernsthaft. Bei den Gegnern, ohne Energie. Was ist denn das jetzt? Ja, da ist ja Energie, das geht doch. Ich glaube, ich gehe gar nicht mehr zurück. Ich glaube, die können mir doch gar nicht mehr folgen, oder? Ganz ehrlich, scheiß auf die Winde tauchen. Warte mal hier. Oh, feines Wasser. Aber wie gesagt, wir sind nicht der Prinz, das bringt uns leider nichts. Kaputt machen für drei Orbs. Na, das nutze ich nicht. Was haben wir denn hier? Ach, du liebe Zeit. Oh, ich erinnere mich, da musste man so einen Typen opfern, das war endgeil. Ich weiß, das klingt bemerkbar. Das war eine geile Mission einfach. War eine geile Idee. Auch wenn sie echt pervers ist. Ähm, boah, aber wie ging denn das nochmal? Schauen wir mal. An der Kurbel fehlt der Griff. So, der Griff ist da oben. Und wir mussten... Hier kommen nämlich gleich Fallen. Wenn mich nicht alles täuscht. Und dann... Irgendeinen Haken gab es jetzt hier gleich. Und man musste ihn da hinten in den Verbrennungsofen schieben. Ich weiß, das ist übler Shit. Aber so lief das. Guck mal, da ist nämlich die Kurbel. Hallo? Ein Hebel. Ein Hebel, okay. Ein Hebel. Und jetzt hat... Das war doch das Verbrennungsding anmachen, ne? Genau. Und dann wird er hier schön gegrillt. Den muss ich da aber jetzt erstmal hinschieben. Und dazu... Boah, und das Schwierige ist... Hier kommen nämlich gleich irgendwelche kranken Fallen. Und dann wird das richtig schwierig. Pass mal auf. Ich wollte gerade sagen, irgendwo darf ich da mal wieder rauf. So, jetzt setzen wir erstmal den Hebel ein. Und dann... Genau, drehen wir ihn runter, weil er muss nämlich jetzt geopfert werden. Das ist eigentlich total übel. Warum auch immer er als der gefangen ist. Keine Ahnung. Aber jetzt kommt, pass auf. Naja, guckst du so, oh, dieses Grinsen, herrlich. Ich weiß genau, was wir vorhaben. Aber... Keinen kommen, mein Freund. So, ich kann nicht jetzt nämlich jetzt hier einfach runterholen, oder? Ja. So, genau. Jetzt kommen nämlich erstmal Gegner. Die muss ich natürlich jetzt erstmal entfernen. Weil ansonsten kommt ich da nämlich selber nicht durch. Und dann haben wir ein Problem. Den roten Augen denkst du, was Besseres, ne? Boom! So. Jetzt habe ich die Chance, ihn ein bisschen nach oben zu tragen. Das Problem ist, der rutscht natürlich immer wieder runter. Das könnt ihr euch ja denken. Aber... Wir haben hier so Zwischenteile. Dann war das gar keine Falle. Dann war es einfach nur die ganze Zeit Gegner. Man kann sie halt hier in diesen... Ich nenne sie jetzt einfach mal Checkpoints. Weil da kann er nämlich einfach runterfallen. Das ist vollkommen egal. Oh, gleich zwei auf einmal. Na, komm, jetzt treffen wir mal beide. Ja, ja, geht eigentlich ganz gut. Jetzt treffe ich ihn erstmal am Bein. Das muss man aber immer zweimal machen, wenn man den schon so früh in seiner Phase erwischt. Vielleicht war das gar nicht so schwer. Vielleicht habe ich das schwer in Erinnerung. Ach ja, okay. Jetzt sind schon drei Gegner. Aber mal ganz ehrlich, mit meiner Artemis-Klinge habe ich da keine Angst vor euch. So, erstmal schmeißen und dann aufschließen. Aha. So, jetzt muss ich den erstmal... Schieben wir ihn einfach zur nächsten Stelle. Ne, das war gar nicht so schwer. Dann einfach nur ein bisschen mit Gegnern. Zieht sich halt ein bisschen in die Länge. Aber wirklich schlimm war das jetzt nicht. Das trifft sich aber ganz gut. Sondern, äh, muss ich hier nicht so viel Zeit opfern. Aber dann kommt schon wieder der nächste Gegner. Jetzt ist es Frage, wie ich da rüberkomme. Aber, wenn ich Glück habe... Ja, habe ich befürchtet und dann... Nein, 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 nein. Aber Gott sei Dank habe ich es nochmal so hingeschoben, weil ich wollte, wenn ich jetzt rübergegangen wäre, wäre es mal wieder bis zum Ende durchgerollt, errutscht. Und das hätte mich übelst abgefangen. Deswegen habe ich nochmal ganz schnell nach hinten geschoben. Weil dann habe ich nämlich genau das verhindert, dass es nämlich wieder ganz nach unten rutscht. Und das hätte uns, glaube ich, alle etwas gelangweilt. So, ich mache jetzt einfach so fertig. Und ich steige mich gleich auch, oder? Jawohl. Guck mal, da kommt gleich noch einer. Ja, jetzt kommt, glaube ich, nochmal eine etwas größere Welle, weil es ist ja kurz vor Schluss. Oh, das ist doch der Letzte. Das werden wir gleich sehen. Höh! Nein, das wollte ich so nicht. Aber... Achso, der ist schon tot. Okay, praktisch. Ah, nein. Noch mal so einer. Jetzt muss man Gas geben. Nee, ich glaube, das schafft man nicht. Oder? Oder? Na? Nee, nee, nee. Es sind zu viele. Es sind zu viele. Ja, ja, es ist einfach nur ein bisschen nervig. Aber ansonsten ist es natürlich nicht weiter schlimm. So, erstmal wieder wechseln, weil jetzt mache ich das Ganze so. Damit wir einfach hier die schöne, die gelungene Abwechslung, die gesunde Wischung, macht es, ne, zwischen den Waffen. Oder hinten kommt gleich noch einer. Ich glaube, langsam muss ich auch ein bisschen auf meine Energie achten. Weil die haben ja schon in sich, die Gegner. Vor allem bei der Chaos-Klinge, die ist halt nicht so stark wie die Atemus-Klinge. Da muss ich halt ein bisschen öfter zuhauen. Aber dafür... Nee, ich glaube, das ist sogar gar keine so gute Idee, dass ich jetzt da gewechselt bin, ne? Nee, das war eine Scheiße-Idee. Ich bin gleich tot, das ist nicht gut. Scheiße, Leute, scheiße. Komm, 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 mach auf! Scheiße! Nein, ich will jetzt nicht sterben. Ich will jetzt nicht noch mal machen, ey. Scheiße. Nein. Oh, Mann. Ich habe es befürchtet. Scheiße. Ich hätte mich deutlich früher um die Energie kümmern sollen. Nämlich genau zu dem Zeitpunkt, wo... ich nämlich kurz Zeit hatte. Ah, da habe ich nicht drauf geachtet. Scheiße. Und am besten von Anfang an so wenig Schaden wie nur möglich kassieren. Ich muss öfter blocken. immer nach einem Zwei-Angriff einfach Gegenangriff machen und gut ist. Dauert es halt länger, aber dafür sterbe ich halt auch noch nicht. so wenig Problem, das kann ja wirklich wahr sein, ey. Fleisch den doch einfach. So. Check mal Zwei. Ah, das ist echt ärgerlich, dass ich das nochmal machen muss. Also, das hätte echt nicht sein müssen. Das hätte ich verhindern können. Aber da war ich mir jetzt am Ende zu sicher. Von wegen, ach, ist ja doch gar nicht so schwer. Naja, das hat man ja dann gesehen, was mir das am Ende gebracht hat. Nämlich tot und dass ich die ganze Scheiße nochmal machen darf. Jetzt lasse ich erstmal hier den Gegner kommen. Kommt gar keiner. Dann kann ich's wagen. Ach, da hinten ist einer. Hinter mir auch. Bitte trifft er mich jetzt nicht. Bitte. Boah, Gott sei Dank bleibt es stehen, ey. Das hätte mir gerade noch gefehlt, wenn das auch nochmal nach ganz nach unten gegangen wäre. Das hätte mich gelangen, weil, ja, spinnst du. Ja, die blocken halt auch einfach recht gut, deswegen nerven die Gegner ein bisschen. Na komm, schnapp die den doch jetzt. Boah, schön. Schön für die Zuschauer. Die sind nervig, die Gegner, muss ich sagen. Also nach denen, bevor ich mich da jetzt weiterbegebe, werde ich mich auf jeden Fall heilen. Es war dumm, dass ich's nicht gemacht habe. Es war wirklich einfach nur dämlich. Hätte ich einfach so dringend machen müssen. So. Einer noch und dann heile ich mich, mein Gott. So. Jetzt habe ich nämlich auch einfach die Zeit dazu. Wunderbar. Dann kommen jetzt nämlich schon die nächsten. Aber es ist mir egal, denn ich bin geheilt. Dementsprechend dürfte mir deutlich weniger passieren. Aber ich darf mir jetzt auch trotzdem nicht zu sicher fühlen. Das sind nicht umsonst wohlgemerkt zwei von diesen Truhen da. Also das ist doch schon knackig. Toll, wenn es mehr werden als das Wasser mal jetzt mal so ist. Wenn wir jetzt einfach mal testen, da scheiße ich mir jetzt nix. Wofür haben wir denn die verdammte Magie? Damit wir nämlich einfach schneller vorwärts kommen. Ganz genau. So. Wenn ich auch gleich drauf kommen könnte, dass ich einfach mal die Magie einsetze habe. Aber nein. Na jetzt komm schon. Ich kann einfach sowas machen, ne? Sollte ich jetzt ein bisschen drüber schaffen. Noch eine Phase. Ja. Es kommt noch eine. Naja, egal. Guck mal, ich kann dich gleich wieder greifen. Warte mal, einfach mal hier schön R1. Na komm. Jawohl, das zerfetzt die nämlich so schön. Das ist aber dann auch die letzte Phase. Danach darf ich dir eine ganz... ...in Ruhe eigentlich... ...da... ...feuerschicken können. So eine Verbrennungsanlage. Ja, es ist hart, aber es ist wahr. Es ist bloß nicht mit irgendwelchen... ...durch irgendwelche Scheiße jetzt noch verlieren. Ich weiß, es ist fast unmöglich. Aber wer weiß, wie viele Gegner da noch kommen. Da lassen wir nochmal schöne... ...schöne... ...meute kommen. ...sollte ich da... ...mich nicht zu sicher fühlen. Das dürfte der letzte jetzt sein. Oh nein, das ist nicht der letzte. Ich weiß nur, dass ich mich heilen werde. Jetzt egal, ob nachdem noch einer kommt oder nicht. Ich werde mich heilen. Das ist vielleicht so, ob ich mich während dem Typen zu heilen. Weil wenn ich jetzt den töte und es kommt noch eine große Welle, die es mir nicht erlaubt, mich zu heilen. Na, schau mal an, da kommen nämlich doch noch ein bisschen mehr. Ich habe das schon fast gefürchtet. Boah, da kommen sogar... Wie viele kommen da noch? Ey, das war eine verdammt kluge Idee, mich zu heilen. Spätestens jetzt weiß man, warum da wirklich zwei Truhen sind. Weil man sich auch noch zweimal heilen muss. So, wenn man so spielt, wie ich jetzt. Wenn man nicht so perfekt ist. Ja, voll. Das hat sich definitiv gelohnt. Guck mal her, jetzt da vorne. Also, jetzt muss ich aber schon aufpassen, wenn ich jetzt nochmal... Also, jetzt können wir nicht mehr heilen. Ach, schade. So, jetzt ist aber Schluss, ey. Ehrlich. Das war jetzt auch der Mitte der Letzte. Das war nicht der Letzte. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich meine, die haben nur einmal Götterzorn, also. Wenn die mich hier wirklich zornig machen wollen. Ah, was, was, was? Wie viele bitte? Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Du hast das Gefühl mittlerweile, dass sie in der letzten Phase unendlich kommen. Alter. Hey, das gibt's ja wohl nicht. Hey, da kommen wirklich unendlich. Das kann einfach nicht sein, dass es so lange dauert. Das kann einfach nicht sein. Das ist ja also... Wie lange jetzt schon gegen die Typen kämpft? Das ist ja unnormal. Das ist einfach nicht mehr schön. Wenn jetzt nochmal eine Welle kommt, ne? Ich hätte schwören können, man hat dann alle Zeit der Welt, aber... Das gibt's nicht, oder? Hey, das gibt es nicht! Wie viele von diesen Spacken gibt's denn noch? Ich schiebe den jetzt einfach mal da hoch, damit der wenigstens... Ich glaube, jetzt ist Ruhe. Zeit wird's. Oh, ey, das hat jetzt echt ewig gedauert. Also so kann man ein Game in die Länge ziehen, ey. Ewig von Kämpfen. So, dann schieben wir jetzt da drauf, aktivieren den Hebel und jetzt sagt Tschüss! Oh ja, totaler Scheiß. Aber für uns öffnet sich damit der nächste Weg. Und deswegen... Tja, total ausgebrannt, könnte man sagen. Ja, es ist... Ziemlich pervers. Aber... Ich find' ich gut. So. Was erwartet uns jetzt? Speicherstand wäre geil. Ja, da, es gibt wirklich einen. Oh, ja, ja, Poseidon. Die Aufgabe, dass... Äh, die Herausforderung des Poseidon. Wenn ich mir jetzt hier gleich den Dreizack schnappe... Dann glaube ich... Äh... Rasten alle aus. Und, äh... Wollen meinen Kopf rollen sehen. Ist nicht nett. Aber ich glaub', das wird mir gleich wieder fahren. Und, äh... Wie sehr sie mich umbringen, weil ich mir ihren verdammten... Beziehungsweise mir den verdammten Dreizack von Poseidon schnappe. Das sehen wir in der nächsten Folge von God of War.